ja hallo meine freunde der sonne da sind wir wieder und ich hoffe ihr hattet bis hierhin ein schönes wochenende wir reagieren auf youtube kage adventskalender 2020 und die liebe maria hat sich das gewünscht grüße gehen raus und los geht's ok damit hat es halt so geil stellt euch mal vor ihr guckt so eine serie an und das intro fängt halt wirklich so an in der weihnachtsbäckerei es wäre halt so geil in der weihnachtsbäckerei gibt es manche leckerei seht nur den mächtigen majestätischen schwanz diese gefrorenen giganten findet man eigentlich nur in meinem marschloch doch manchmal schwimmt der als burg auch in wärmere gewässer wo er scheiß ich bin ein echt aussehender fischkopf ich wollte gerade sagen wenn ich das schon wieder sehe habe ich gar kein bock aber nein ich meine ich nicht aber wenn ich jetzt schon wieder hier den schnee sehen mich hat das schon angekürzt es hat bei uns hier vor zwei wochen genau für seit glaube zwei stunden geschneit und es blieb auch dann insgesamt vier stunden oder sowas ich habe mir und ich musste dann früher auf arbeit ich habe mir so gedacht er leckt mich doch am sack das kann doch jetzt nicht wahr sein das kann doch jetzt nicht wahr sein dass es jetzt schneit und am nächsten tag waren gefühlt hier wieder 30 grad jeder ist mit jacke ohne jacke rumgelaufen also ich bin ein sommer typ ich hasse schnee definitiv willst du nicht boxen willst du nicht alles klar aber dafür musst du dir einen schneeball machen hallo was upsie schmupsie spongebot zeigst du mir mal wie ein schneeball geht nein kann ich mal bei dir aufs klo nein nein bitte nein bitte nein bitte nope bitte nein doch nein doch ich hab dich auf frischer tat ertappt hör mal spongebob ich hab doch wir haben einen friedensvertrag unterzeichnet gib mir diesen friedensvertrag so und jetzt geht der krieg weiter das war nicht der friedensvertrag das war eine kopie war das nicht sogar so die Folge wo ähm tadeus wollte dass sie sich die gehirne irgendwann ähm rauswerfen mit den schneeballen und deshalb hat er dann von oben zu geguckt und deshalb wollte der auch nicht dass er dass sie den friedensvertrag unterzeichnen die Folge war so gut des friedensvertrags gib mir diesen friedensvertrag das war nicht der friedensvertrag das war eine kopie der kopie des friedensvertrags richtiger deutscher das war eine kopie der kopie des friedensvertrags das war eine kopie der kopie der kopie der kopie das ist das heißt krieg er wills ja offensichtlich wohl nicht anders nein nein warte irgendetwas stimmt da nicht äh wie meinen sie das denn sein kopf guckt noch raus es ist zwar nicht meine art aber es wird sicher super komisch so sollten in meinen augen kinder serien sein so sollten kinder serien sein das wäre doch was da würden die kinder keinen bock mehr haben und die würden dann auch freiwillig ähm 16 uhr ins bett gehen die hätten gar keinen bock mehr die serien zu gucken die hätten gar keinen bock mehr bis abends durch zu machen um Spongebob äh nicht zu verpassen sondern die würden um 16 ne heute keine serien du lass mal heute hab ich keinen bock auf serien hier liegen die eier von taddeos ja das schmeckt Weihnachten ganz gut so ich bin ein echt aussehender Fischkopf seht nur meinen majestätischen Spongebob ach geil 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 ich hoffe es hat euch auch gefallen schaut bei ihnen auf jeden fall vorbei lasst ein like da lasst ein kommentar da und guck deine videos an er macht wirklich extrem geile youtube kacke und ja wir sehen uns definitiv dativ akkusativ im nächsten video bis dahin haut rein und tschüss